Jambor, wer wohnt denn hier? Ah, nur für den Urlaub. Hallo, bezaubernde Waldfee. Willkommen beim Urlaub. Eigentlich würde ich mal eine kleine Roomtour machen. Wir fahren mal ganz hier vorne sein Badezimmer. Dusche, Spiegel, da winke ich mal. Ja, falls ihr noch nicht wisst, wo wir sind, wir sind im Turtle Bay Beach Hotel in Watama. Das ist in Kenia. Ansonsten haben wir hier auch eine Wanne, aber die werden wir, glaube ich, nicht brauchen, weil wir wollen das Meer. Aber ich jetzt gucken wir uns mal das Zimmer an. Hier haben wir einen kleinen Sekretär, zwei Spiegel und, guck an, zwei Betten. Ein großes und ein kleines. Aber wir werden nur eins davon brauchen, glaube ich. Was wir haben, noch einen kleinen Klimaanlage und noch einen Deckenventilator. Aber was ganz wichtig ist das Mückennetz. Ich weiß nicht, wie es hier mit Mücken aussieht, aber ich denke schon. Aber das aller allerbeste. Das ist der Blick hier raus durch die Palmen auf den Indischen Ozean. Da unten sehe ich auch schon ein Stück vom Pool. Wie gefällt es dir denn auf den allerersten Blick? Sehr schön, aber ehrlich, ich bin so fertig. Ich gehe jetzt erstmal duschen und schlafen. So, das muss ich vielleicht mal erklären, warum das so ist. Die Anreise hierher war wirklich sehr, sehr, sehr beschwerlich. Wir sind jetzt, glaube ich, über 24 Stunden unterwegs und wir sind fertig. Ja, aber bevor wir das Zimmer vermüßten, aber ich glaube, zeigen wir uns euch mal.